Was geht Leute? Herzlich Willkommen bei einem kleinen Infovideo, ganz schnell, ganz kurz. Ihr könnt euch Battlefield 3 kostenlos herunterladen auf Orangin. Also erstellt euch einen Account bei Orangin, der über 18 ist. Das ist sehr wichtig. Ich kann es mit meinem ersten Account leider nicht herunterladen. Der ist nämlich erst 16. Dumm gelaufen, quasi. Muss ich mir einen zweiten Account erstellen. Egal. Auf jeden Fall downloadet euch oder erstellt euch einen Orangin. Profil, Account und downloadet euch Battlefield 3 bis zum 3. Juni kostenlos. Und ja, soviel ich weiß, kann man das danach immer noch weiterspielen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und ja. Und wenn ihr gleich schon mal dabei seid, Pflanzen gegen Zombies, die Premium Edition ist auch gerade kostenlos. Ich weiß aber nicht wie lange. Schon etwas länger. Wird auch etwas länger bleiben. Tschüss.